Shit happened... Was? Verrostetes Schwert? Moment mal, wie stark ist das? Ah, Moment. Das nehmen wir als erstes. Scheinbar soll das hier extra für den Bossfight sein. Und dann... Okay, let's go. Komm her. Und zwar noch nur drei Herzen, aber egal. Bestimmt schüttelt er mich auch irgendwann runter. Was? Also, meine ich das aber nicht. Also, ich klinge da gar nicht mehr fest, doch. Ich mach jetzt mal so gleich. Okay, das bringt nicht so viel. Über eins hin schlagen es mit mir. Nein, das Schwert geht schon gleich kaputt. Boah, meine Herren. Okay, das war verrostet, ich weiß, aber... Kannst ja gar nichts mehr machen. Okay, dann nehmen wir lieber unsere Stachel. Okay, der kann eigentlich nicht viel, ne? Ich hab mir den irgendwie extremer vorgestellt. Och man, nehmen wir diese blöde Kante, wo ich abfalle. Sollte da nicht so an der Seite langgehen. Aber sonst hält er sich ja nicht fest. An seinem Stein-Hintern. Der macht viel Squats. Okay. Da schein... Da fallen die Opale ab. Ah, jetzt haut er mich mal runter. Ich wollte das sagen, aber macht er doch sicher nicht mal was. Kann ich hier nicht anvisieren, richtig? Doch, jetzt. Das geht eh nicht. Mensch, da... Danke. Schön langsam. Eigentlich hätte ich... Ah, schon langsam Squatsch. Was ist denn das? Warum reiutscht er manchmal runter, manchmal nicht? Ich hätte mir das schon... Jetzt. Hoch, schnell. Hoch, mein Gott. Nein. Ich stelle mich mal aber auch dumm an, ey. Das ist unglaublich. So, den auch. Vielleicht hätte ich mal den... Ding ins Schlag nutzen sollen. Was kostet die Mauswahl? Bringt aufhörtlich überhaupt nicht mehr. Ich habe fast keine Waffen mehr. Ich werde gleich mit der Faust gegenhauen, um das zu schaffen. Kann ich mal der Fackel... Ich kill den jetzt mit der Fackel. Das muss echt erniedrigen sein. Ja, gut. Okay, der kann nix. Ehrlich gesagt. Der kann absolut nichts. Da habe ich erst so gedacht, der wäre voll schlimm. Ein Waffer ist ja der in Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Fall wird ihm nachgesagt, die Kraft des Feuers zu enthalten. Er zielt sehr hohe Preise. Okay. Feierstein. Wenn mit ihr ein Gegenstand aus Metall darauf schlägt, entstehen Funken, die Feuers in der Nähe entzünden. Praktisch, aber nach einem Schlag geht er kaputt. Ja, super. Das ist eine Sache, die man braucht.